Der Geburtsständer der Synchronisation. Haben die alle so ne Latte gekriegt. Im Furzfilm. Im Furzfilm-Fulp. Sbongiforma Squeri... Sbongiforma Squerpensi. Einer der besten und bekanntesten ist zum Beispiel Thomas Danneberg, der nicht nur Stammstimme von John Cleese und Terence Illest... Illest? Terence Illest weiß ich nicht, aber das tut jetzt auch gar nichts zusammen. Villar... 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 Villarri... Villarias. Terence Ill? Ich hab nur versucht ein bisschen Französisch Charme reinzubringen und es heißt ja mal Terence Ill. Also du hörst irgendwas dagegen? Villarias. Da kann ich meine ganze Spanis ins Met spielen lassen. Fick dich. Krabbennörger. Was sind denn Krabbennörger? Held. Held. Höh. Nörgelde Burger. Nörgelde Burger. Hallo. Alles Scheiße. Ich will an Ihrer Platte liegen. Ich lege viel zu lange. Ich darf hier nur 10 Minuten liegen und muss ausgetauscht werden. Ich bin ein Krabbennörger. Was ist das für ein fucking Name? Warum heißt der so? Wenn ich den jemals treffe, dann dreht sich in den Arsch von seinen Namen. Ich denke bestimmt, dass wäre super cool. Das ist bestimmt so ein geiler Künstlername. Damit er irgendwie zwei R hintereinander hat. Arsch. Schön trainieren. Das kannst du so nicht machen. Das sieht ja完全 aus. Meeeee im ohnste moment. Sind aber alles total Um-styling. Wenn ich es schon sehe kann ich Kopf, ne? Was bin ich jetzt? Aufgedreht. Sondern natürlich auch Justus Jonas ist der Anfüger der, der Anfüger. Ja, er macht ihm mal hinter das Fragezeichen noch ein Ausrufezeichen. Deswegen nennen sie ihn den Anfüger. Ja, super. Ich stehe also hier und du sprichst, richtig? Und ich grinse in die Kamera und frage mich. Ja, das kann ich gut. Das da ist wohl die wichtigste, nein, natürlich, ich habe mich verlesen, nochmal. Das da ist die wohl, genau, du musst jetzt wählen, ne? Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja, klar. Plansig? Ja, war gut. Und dich dann fragen, ob du Umzug zu Computerspielen hast. Richtig, und du wirst die Antwort jetzt sehr kurz sein, das war ich. Ja, okay. Und jetzt nur noch die Abmoderation. Und nur die Abmoderation der Woche? Die Abmoderation. Oder? Gegess es. Vielleicht ein bisschen, ja, ich dachte, der Woche war ein bisschen Schlaganfall, aber ansonsten war das sehr schön. Nicht streiten. Ich mache gerade mein Bit. Ich brauche positive Energie. Was ist denn Merkotran? Ich darf mich verschreiben. Merkotranaktion. Nicht Bud Spencer. Bud Spencer. Menstruationsblutwoman. Wohlgemerkt, ohne Vorwarnung und aus dem Nichts kam Five Night at Freddy's. Five Night at Freddy's. Terminator. Termi, Termi, Terminator. Terminator, Grandpa. Gab's das nicht, dass man früher mal alles Amerikanisch ausgesprochen hat? Mäh. Michael Basel. It's all about the motherfucking money. Sehr süß gerülpst gerade. Viele Leute abonnieren ja nur deswegen. Oh Mann. Weil ich sehr süß rülpsen kann. Ei, 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 Ei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017